Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Zuschauer und zwar zu Let's Play Tech It und ähm ja wieder die beiden aber Dings der Kevin ist nicht da wir haben keine Ahnung was mit dem los ist der ist halt nicht erreichbar und so blablabla und ja also machen wir nur zu dritt weiter und ja und wir suchen noch in meinem Wohngebiet oder wir sorry wegen den 100.000 Cuts die ich da machen musste es gab Server Probleme wie hier warte mal ich hab schon ein bisschen Frame Einbrüche also das sind glaube ich keine Frame Einbrüche sondern ich meine ich habe einen Timer eingestellt ich bin echt tot aber ohne eigentlich ja ja ich hab was zu essen aber wir müssen uns erst kriegen wo bist du wo bist du wo bist du ich bin oh nein wo bist du denn es ist ein achso ich dachte ich bin drin jetzt ok ja ja kannst du es ist richtig drin das es wird Nacht ja ich baue mir jetzt dann gleich ein kleines Haus ja ich baue mir jetzt dann gleich ein kleines Haus baumaterial Führung hier hat sich das ist ein Haus da ist es schon größer viel mehr nach dem was du brauchst du denn auch ich muss das was ist euch hier irgendwie ist es nicht so tatsächlich gut aus oder weil ich könnte gegenüber bald wohl ich bin gegenüber ich bin 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 das ist ein Haus hier hoch ich würde er hat die Marmor dann macht die Wende halt zwei groß ich brauche schnell ab mann 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 lassen macht zu machen wie soll ich jetzt bitten doch haben wir hast du warte mal die Spinne kommt durch durch oder nein die kommen doch die können ne die ja ich hab keine Ahnung ich glaub die kommt ja nicht durch sicher nicht dass das ein Fail kommt und dann die durch durch kommen warte mal nicht das sind unsere Betten alle schlafen gehen ja 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 hat juhu gut okay so sagst jäh okay gut ich werde mal wenn die die mädchen mehr ist es auch das Mini-Haus Prozent die Mieten und es ist ja die Sitzkeitscheidung das könnte mein guter Platz in München ausmachen kann ja da muss man auch noch ich bin auch schon mal was soll ich machen machen Rehe aus Kabel das war so was hat sich eigentlich nicht so schlecht ist so kann ich es ist und die Kürze mehr auch für etwas halten nur so besorgt allerdings aber ich weiß nicht wo du bist im Moment also da brauchst du mir nicht sagen gut willkommen da woche gerade sind alle unnötigen Sachen da waren um alle unnötigen Sachen ich gebe gleich alles ran ich brauche eine Workbench zum Glück habe ich genug Dreck obwohl ich brauche eigentlich Dreck das wird später der Boden irgendwann mal sein hihihi du kannst dich doch erst dann noch so übernehmen ist es wirklich so? ja, wer bricht dir gerade aus? lol dann sei vorsichtig, ne? nicht dass du so am Ende verrichtet hast nicht dass du so am Ende verrichtet hast ah, ich habe die ganze Wochen verloren die Idee, ich packe mir mal eine Kiste hier hin mit mir nicht kommen hm, dann auch was nicht schön nicht schön, nicht schön ich denke es soll noch ein bisschen breiter sein kommen ich mach mal ein Haus aus Holz nicht viel schöner blö so ich mach mal eins aus Marble Marble Bricks na schön spürt sogar kaputt, oh Gott wieso habe ich zwei schwarfen gemacht? frag mich doch nicht, frag ich selber ich frage mich eh selbst ich frage mich eh selbst super tja, das ist die große Frage warum? das weiß keiner warte mal, Leute da war Dings in der im Workbench Dings mein, äh, Blumen halt da schaue ich halt dann im Garten wieder hier rein und puckt das sind sie weg die sind raus gesprungen dann wieder rumah lerin mach, äh Ach ja ä, Dings ähm wenn ihr ähm Komma drückt könnt ihr so einstellen ähm, wo Also halt nur Waypointen platzieren. Also zum Beispiel, wo ihr euer Haus wisst, damit ihr es leichter habt. Okay? Ja. Ah, passt. Hm, warte mal. Jetzt mach ich mir ne schöne Axt und geh ein bisschen... Der erste Vulkan, der gut aussieht. Der wie ein Vulkan aussieht. Wie, ein echter Vulkan? Das sieht aus wie ein Vulkan einfach. Achso, richtig. Sonst, im Tag geht einfach, sie nimmer Scheiße aus. Weil das sieht gut aus. Oh mein Gott, ey. Warte mal, ich muss jetzt mal Skype... Also, mich von Skype bänden. Was riecht denn? Abmelden! So. So, da... Eigentlich hab ich irgendwie die bescheuze Landschaft genommen. Also, ich find meine irgendwie voll schön. Können wir auch gut. Ich weiß noch nicht, was wir brauchen gerne. Hm. Sieht auch ruhig weiß, aber ich weiß nicht. Na ja, bisschen Erde und so weiter, dann geht's schon einfach. Hm. Ich mach mir jetzt so nen Keller. Und da wird's die ganze Technik sein. Das find ich. Das wird Technik. Hm? Das wird Technik. Naja. Wo ich... ... meinen Strom herstellen werde und so. Fail. Ach. Aber... Zu hoch? Ja. Ja. Daval reicht's. Nee. Oder? Ja, mach mal so. Ja. Ein bisschen mal erzählen, oder? Hm? Und wir haben ein bisschen noch was erzählen und so weiter. So, reden und so weiter. Erzähl mal was, Mike. Hm. Ja, ähm. Ihr habt gehört, dass GTA 5 schon raus ist, ne? Ja. Voll... Dings. Voll geiles Spiel. Ich liebe GTA. Also... Und noch dazu, dass es im... Äh, San... Also das ist noch besser im San Andreas. Also... Spielt. Also sie abspielt. Und... Das find ich halt nice. Die Mett ist größer, also sie ist... Oh Mensch. Größer als San Andreas und War City zusammen. Mhm. Eier Dings und die haben so... Und Dings, die haben sogar Hunde drin gehabt. Also reingegeben, ne? Das find ich voll nice. Wölfe, Löwe, alles, Löwen, alles mögliche. Und Dings, äh... Alter, die haben sogar Dings, Nack, 10 und so weiter dazu eingestüttet und... Oh Gott, das so... Yeah. Wie geil. Alter... Häufig, keine Unterbrechung. So... Shall ich den Cut machen, nur in die Kameraein? Soll ich den Cut machen? Nein... Jetzt ist es sowieso zu spät. Noch下! Soll ich den Cut machen? Wenn kein Eis mehr zu machen. Welches Asen oder was ist Ernst? Am Anfang sehr wichtig. Was denn was? Also. Ich habe jetzt gerade die Frage nicht verstanden. Ja, welches Erd ist am Anfang sehr wichtig, also... Achso. Kommt doch einfach was mit. Bomben. Ja, technisch um... Also Kupfer könntest du gut gebrauchen. Massenproduktion. Ähm, Temm... Und Silber. Oder Silber braucht man Silber, oder? Selber? Hm. Ähm... Ich denke, Silber braucht man nicht so... Gibt's hier Silber-Mette? Hm? Ja. Ja? Ah... So ist es nicht gut. So viel Kohle... Gibt's hier noch Argen... Oh... Gibt's hier noch Stopp-Up? Guter, Guter... Na ja... Wenn es so weitergeht, kann ich nicht... Jetzt wirst du nicht... So ist es jetzt... heute die sonne geht nicht unter ich habe dabei heute wir sind zu dritt und reden irgendwie verliehen allerdings ist etwas spannendes so ein Schauspielerde passiert ich weiß selber nicht dass ich sagen soll aber von welchen drei spielen wünscht euch eine Fortsetzung drei Spiele Call of Duty aber da kommt ja eh Call of Duty los so rechtes Spiel so Jack und Dexter oder Jack und Dexter oder Ratchet ja Ratchet gleich gibt's aber nicht so toll ähm was gibt's denn noch was gab's noch letztens Micro Machine Trainers Kent ne kenne ich das ne kenne ich nicht ganz altes Playstation ans Spiel ach ähm kenne ich nicht oh ja Sonic Sonic ist ein ganzes Spiel stimmt ähm zwei Dimensionen habe ich mal auf der Sega gezockt das war richtig cool geil namen ne geil namen ne vorher war alles besser mhm mhm gibt's hier in äh TechEat Classic auch Solarpanel mhm es geht es gibt allerdings aber du musst aufpassen welche du eigentlich erstellt für Batteriebox also Batterybox ja Low Voltage ja zum Beispiel schreib einfach Dings unten einfach Solarpanel dann findest du's ähm und sie gibt's auch Sachen für Wasserkraft also ähm ja das gibt's Wasserkraft wie heißt das ähm könnte ich mal gleich schauen warte mal hmm wie finde ich das nicht Wasserkraft 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 oh ne als erstes brauche ich mir eine Manning Turtle ähm Waterstrainer heißt er also für Wasserkraft mhm oder 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 was andere warte mal hm also ich brauche eine Diamant-Axt für eine Manning Turtle das ist nicht gut ich hab nämlich keine Diamanten ach wir brauchen ja mal eigentlich wie viele hast du denn ach aber erst mal mache ich mir eine Verdoppungsmaschine ah ok dann kannst du mir drei Stück bohren bohren allerdings wir müssen unbedingt ein Computer bauen ich will euch was zeigen ich will euch was zeigen ein Computer ja auf dem Computer hier ein Ticket da kann man Star Wars anschauen hm das werde ich bestimmt nicht anschauen wieso nicht keine Ahnung ich bin nicht so ein Star Wars Film auch nicht ok naja ich auch nicht aber das sieht voll lustig aus hm kann sein ich weiß jetzt nicht mit was ich anfangen soll also ich mache erst mal lieber mein Haus eh aber denkst du ich muss erst mal mein Haus einmauern ne sonst kommt ein Creeper von hinten und bumm alles weg hm Kotz ein ganz kurzer Kotz Kotz Null Kennst du das äh noch wo Dings alle meinten so ö øÖ hoppa Gangnam Style und jetzt weste alle mögen das jetzt irgendwie nicht so richtig mehr weil es ist für mich so und siehst du wo lässt mich denn so ein bisschen nun keine Ahnung die Kinder sich lassen wartet um ich mache mich kurz mit stunden aber ich mache ja er ist noch einmal kurz stunden ich höre was im Hintergrund eben Tustmann kurz gucken durch Morgens macht und jetzt noch mal klar so viel wirklich weil ich gehe mal im Hintergrund und Prozent was ist das ist was das Prozent für mich? Ja, komm mal zu mir. Und? Oh mein Gott, was für ein Leg. Achso, weil es regnet. Oder? Regnet? Für mich nicht. Das ist ein Million von uns. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich will mich kurz in den Haus mit dem Cut. Ich möchte raus. Moment bitte. Ähm, ja, eigentlich nehmen wir den Punkt. Hoppala. Aber ich hab vergessen, auf den Timer eigentlich zu gucken. Ich denke, wir sind schon über... ...15, also schon länger sogar. Wir sind schon gerade auf 19 Minuten. Ja, dann würde ich hier einen Cut machen. Ähm, ja, aber erst mal warten wir auf Nadiem, bis er kommt. Damit wir... Ja, Dings, wir machen einen Cut. Wir machen einen Cut jetzt. Also... Ist es vorbei? Ja, ist vorbei. Ich muss schon voll lange. Mhm. Äh, Dings... Ja, danke... Danke fürs Zuschauen. Ähm, gebt einen Daumen hoch. Ähm, abonniert. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Tschüss. 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 Vielen Dank.